Wir stehen am Chorgestühl des Domes. Es sieht sehr prächtig und herrschaftlich aus. Es ist der Ort für das Passauer Domkapitel, für die acht Kanoniker und die zwei Dignitäre, der Dompropst und der Domdekan. Und dieses Chorgestühl soll aber nichts Herrschaftliches haben, sondern es ist der Ort des Gebetes. Hier trifft sich das Kapitel zum Chorgebet, zur Vesper, zusammen mit dem Bischof. Denn das ist seine edelste Aufgabe, den Bischof zu unterstützen, ihn zu begleiten, vor allem beim Gebet und beim Gottesdienst. Bei ihm zu sein und immer wieder die Gnade und Barmherzigkeit Gottes für uns, für das ganze Bistum herabzurufen und ihn anzuflehen.